Landschaftsbilder, Porträts, Abstraktes. Für die Aktion Kunst für Corona sammelte Mechthild Merz eine Vielzahl von Werken. Künstler aus der Region spendeten ihre Kreationen, damit die Sengentalerin diese für einen guten Zweck verkaufen kann. Die Preise für die Bilder liegen oft unter denen, welche ihre Erschaffer üblicherweise dafür verlangen würden. Damit jeder die Möglichkeit hat, sich auch mal nicht nur einen Druck vielleicht zu leisten, sondern auch echte, in Farben gemalte Bilder. Die Einnahmen aus der Aktion gehen komplett an die Bürgerstiftung Neumarkt, welche mit einem Hilfsfonds Menschen unterstützt, die durch die Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Über die Website Kunst für Corona kann man die Bilder bei Mechthild Merz erwerben. Ihre improvisierte Galerie lehrt sich zwar ständig, wenn Werke verkauft werden, füllt sich aber auch wieder mit Nachschub. Ich habe mich eigentlich in alle Bilder verliebt. Ich gebe sie auch nicht gerne her, auf die kurze Zeit schon. Aber ich freue mich trotzdem, wenn ich sie verkaufen kann, für den guten Zweck. Und womöglich, denkt mancher Kunstkäufer, wenn die aktuellen Beschränkungen keinen wirklichen Tapetenwechsel erlauben, kann man doch zumindest auf die Tapete etwas Neues hängen. Vielen Dank.